Geburtstabung im Klappen, habe ich auch nicht gefreut. Ich habe früher losgefahren. Ich bin dann nicht gefreut. Ist das noch die erste Tour jetzt? Das wird ja ganz schön lange. Wir haben schon gesammelt und werden jetzt noch, wenn das so bleibt, wenn wir noch lange warten müssen, machen wir noch Geld klein.